Hey Leute! Willkommen bei einem neuen Video von Hybrid Animals. Für heute machen wir ein neues Spiel. Hier kommen wir mal ein neues. Und ein. Oder voll. Also, ja. Das sieht etwas hässlich aus, aber... Und halt diesen OP-Bodus. Stampf-Bodus. Also, das ist ein neues Spiel. In meinem ersten Level. Also, alles das unten ist in dem Video. Und... Ja. Das ist ein neues Spiel. Der erste Tabel. Und das ist ein neues Spiel. Eine Einmal Summit mit den Amisen zu langfen. G abuses Florent! Das sind ein neues Spiel. Bis dahin! ные florين! Einmar gull! Das ist ungefähr auch ein Skill. Musik Oh Gott, siehst du mir hin? Wie ist das? Wie ist das? Ach, das lag ich da? Nein, wie ist das? Oh, ich hab... Ich suche es mal, mit anderen Bären rumgehe. Jetzt muss ich anfangen, mit diesen 3-S-Fick-Gesichten. Ja... Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Ah... Ah... Das sind nur im Hintergrund. Meine Frage ist, ob ich heute schon kostenlos bekomme. Was kostenlos war. Und deswegen haben... Besuchen wir jetzt meinen Onkel. Also meinen anderen. Und ich brauche, dass die kostenlos kommen. Ähm... Ich hab... Ich hab... 2 Minuten haben wir in der Frage geplant. Ich muss doch so gucken. 3 Minuten... Und jetzt... Jetzt... ich hab' den Kusine... nicht... ich hab' den... nicht... also... meine Kusine war grad... dort... also muss ich jetzt... in den Keller... Und ich hab' den... in den... in den... alle... die sind ganz leer... und jetzt... und jetzt... und jetzt... ich hab' den... es ist immer... gut... das ist... Also jetzt ist die dritte Cousine gekommen, jetzt machen wir weiter, ich hab wirklich nicht weiter gespielt, ich kann schwören drauf, willst du mal spielen? Nee, sag mal hallo. Hallo, ich bin da. Sag mal, hallo, sag mal hallo. Ich heut schon noch ein Video reinsteigen. Nee, lieber nicht. Ich bin so für diese Enttäuschung, Leute. Ist ja egal. Hauptsache, ich hab mein Spaß. Ach wie gut. Ich bin nicht Level 18, weil die sie halt nicht ganz empfehlen kann. Wow. Oh Gott. Oh, ein Hamster mit Schnecken. Schaut mal, Hamster mit Schnecken. Ist mir auch egal. Dieses blaue Ding kann matschen. Ja, ich habe nichts mehr da raus. Uhhh. Ich weiß, ich habe nichts zu tun. Okay, okay. Ich werde nicht mehr in den Taschen knifflen. Ja, das stimmt. Oh, ich hab auch. Ich würd's mir gleich mal zugucken, oder? Oh, wir haben nicht mehr lange Zeit. Glaube ich nach 7 Minuten. Vielleicht noch 3 Minuten. Letztens waren es, glaube ich, unter 10 Minuten. Heute haben wir in der Schule, die wir in der Webseite haben, die so gesagt, Last Christmas, I give you my heart. Ich kann's nicht. Das steht ein bisschen schlecht. Schnell. Hm. 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 Ich will doch mal hin. Aber mein Gott, wie das Kumpel hat, dann geht's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr verstanden. Ich hab's nicht mehr verstanden. Ich hab's nicht mehr verstanden. Im letzten Video bin ich einmal gestorben mit einem 37er. Ich bin von einem 17er gestorben. Okay, ciao. Ja. Ich spiel dann hier weiter. Mach mal Tür zu. Ach, Tür zu. Mein Gott. Nichts gegen Mädchen, aber typisch Mädchen. Nehmen immer, was die wollen. Nö . Ja, Gidgen. Ich trü´s jetzt. Heikoillinpack. Oh, Schau, Sahne. Oh, an Betanin und Ameisen. die tötte ich sofort keiner glaubt Oh, die ganzen Bären kann ich doch noch zum Stampfen, oder? Oh, der Bär! Oh, die sind immer von mir ab. Nur weil ich alle töten kann. Oh, die sind immer von mir ab. Ich denke eher, dass Löwen aussehen wie sie in der Hunde. Schau mal, diese Dreckspflanze, die kann man sich ja nie schnappen. Die kann ich mir nie Regenerationstrank holen, oder? Ach, ich habe euch doch noch gar nicht gezeigt, wie dieser Regenerationstrank geht. Wow, da! Schnell, schnell, eins, zwei, zwei Schläger und der ist schon tot. Level 60 kann ich bestimmt schon den mit einem Schläger machen. Oh, wir haben nur noch drei Minuten. Oh, das heißt, Mann. Das ist mir doch egal. Ich hasse das. Ich will diese Bären nehmen. Ich will euch noch sagen. Oder denn, ich heiße Tamara Berger oder sowas und bin ein Junge. Ich bin gestochen und ich heiße eigentlich Elie Berger und ich habe halt noch den Account in meiner Hand. Das ist klar, dass es klar ist. Verstanden? Machen wir mal ein Knoe mit einer Knoe. Wenn jetzt jemand kommt... Das ist das. Wenn jetzt jemand kommt, nicht jemand, dass ich auf Pause drücke. Ich muss jetzt jemand verkaufen. Ich muss jetzt jemand verkaufen. Moose plus Rhino. Den nehmen wir gleich einfach. Löcher. Ja, aber lieber mal andere Sachen zeigen. Nicht nur diesen Dreck. Blas plus Rhino. Das geht für mich nicht. Oh! Oh! Das ist ja auch voll stolz, Mann. Aber ich bin gestorben. Uiiiiiiii. Tumat und Tumat. Tumat. Oh nein. Oh nein. Das sieht ja heftig aus. Ich spiele noch ganz schnell. Ich zeige euch mal, was das ist. Kann man jemanden richtig hart anweg stoßen. Also, das wäre ein bisschen mehr wie drei Minuten. Das sieht irgendwie aus wie so... Äh, 13 Minuten. Das sieht irgendwie aus wie so... Krokodil, so... So ein hässliches Krokodil. Also, Leute. Ich verspreche euch, bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video werde ich nichts, wirklich nicht weiterspielen. Also, bis später. Haut rein. Von mir aus könnt ihr kostenlos abonnieren unten. Und... Über ein Like würde ich mich auch freuen. Und... Ja. Ciao.